Willkommen im Bootcamp Soldat. Ich zeuge dir jetzt wie das Training in der Gefühle läuft. Siehst du feindliche Basis da drüben? Ja. Nein. Stalke sie ins Stück um mir den Tag zu versüßen? Nein. Nein. Siehe Minis ohne Staple zu spielen? Nein. Okay. Ich tue gerne zehn Minis auf dem Platz. Da fängt er. Ah. Noch weiter. Ah. Hier ist ein Pekt. Oh scheiße. Hey du Arschloch. Hier. Komm mal hin. Oh. Ich hab schon gewonnen mit Lagerweilig. Mal was ich bekommen. Ha. Ich hab nen Düsenchat bekommen. Und Marketenwerfermann. Und mit Panzerfaust. Marketenwerfermann. Panzerfaust. Sieben Panzer. Schwerst Maschinengewehr mal zwei. Ja ja. Ne. Nein. Ich spare meine Aktionspunkte nicht. Aber wenn ich so. Er wird gut losgehen. Nein. Ja. 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 Ja, ich hab die Jäger bekommen. Fahrzeugabwehr infandetrie. Angriffsdruck. Und Motorrad mal sechs. Und eine Standardbasis mal sieben. Und ein Steine-Panzer mal 7 und Infanterie mal 10 und ein Stationär-Schutz mal 2. Schon wieder eine Story hier. Lass sehen, was du gegen die Republik ausrichten kannst. Lass sehen, was du gegen die Runde fernst, wenn du gegen die Runde fernst. Müll mal 10 und ein Stationär-Schutz stille mich. Lass, ich werde nicht einsetzen, sind wir in die Runde fernst. Je ne bin normal. Lass jetzt wieder eine Angelegenheit. Der Fertig ist zu den Spielstern. Kann ich denn gar nicht verlieren? Ja schon, ich habe ein Spezialpackel für den Freigeschalten. Ehrlich, Mini-Glanz-Shop. Eine Gratis-Box. Ich kann maximal 12 Aktionspunkte haben. Sechs Motorräder. Die ganze Basis, ja. Oh, ich hätte einen Scharfschütze. Und ein Typhoon. Oh, ich kann mal Klicks zusammenstellen. Ja. So. So. Was seid ihr denn? Wie eine Staffel ausprobieren? Drücke Kampfe, um auf den Gegner zu suchen. Kann ich denn auch? Konntest du dich auch schon einen Namen geben eigentlich? Konntest du dich? Ich kämpfe es nur online. Ja, kämpfe ich wirklich. Wow. Ja. Was? Ja. Was? Ja. Tja, 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 tja. Wow. Oh, 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 oh. Ich bin gerade vom Heli, das ist die Wende. Ich bin gerade vom Heli, das ist die Wende. Ich habe gewonnen, doch meine Helis, die Helis sind total OP, die keinen Gegner beachtet zu ziehen, die Fliegen über alles drüber, fahren alles ab. Es gibt einen Mörser. Cool. Okay, ich gehe jetzt schon mal wieder online. Ich habe keinen Mörser gehabt im vorherigen Kampf. Ah, ich zu den Bösen. Geil. Okay, wie gut? Laufend. Loser. Und das ist ein... Das ist ein... Es ist ein... Es ist ein... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ok, kann ich sie auch besser machen, ja, ich mache mir meine komplette Armee besser, mein Panzer, nochmal Panzer, oh, meine Fahrzeuge, Töter, Tink, Dings, Bombs, oh, mein Düsen-Chat, ein Toner Pro, du musst auch mal was können, mein Sniper kann immer noch nix, ich bin der absolute Obergangster hier, ich bin der Lena, da gibt es noch, nochmal, ich hole mein Heli jetzt, Oh mein Gott, mein Dismal Ich hole mal einen Typhoon, meine stärkste Waffe. Oh, ne, meine zweitstärkste, oder? Ne, meine stärkste. Ich bin der Kriegsmeister, und noch ein Kampf gewinnen, dann brauche ich meine Schatulle. Zwei Panzer, habe ich mir die geschaffen. Ich meine nicht. Ich meine, es ist fast ein Typhoon. Ja, und? Ja, ich bin der Kriegsmeister. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's. Gewonnen, schon wieder. Ey Julian, machst du noch mit? Jetzt kommt gleich die Verabschiedung. Komplett? Jetzt haben wir mal ein Geschenk auf. Mit einem, zwei Stinger, ein Stunt, zwei Standardpanzer, fünf Gold und das war's. Zwei Jäger, zwei Schredder. Ja, ist klar. Schade. Und dann, hoffe ich nochmal, euch hat diese Folge gefallen von Super Random Apps. Und dann, bis zum nächsten Mal, bis dahin. Und ciao, euer Sheriff Will. Bis bald.